In das Sommerhaus der Stars knallte es schon ordentlich. Die Paare der aktuellen Staffel mussten hier nicht nur ihre Beziehung, sondern auch ihre Nerven auf die Probe stellen. Auch Schauspieler Steven Durr, 48, und Ehefrau. Katharina gerieten schon zwischen die Fronten. Die beiden standen bei ihren Mitbewohnern sogar schon auf der Abschussliste, konnten sich aber im letzten Moment safen. Im Gespräch mit Promiflash haben Steven und Katharina jetzt verraten, dass sie sich aber trotzdem im Haus sehr wohl gefühlt haben. Die Stimmung im Allgemeinen war super. Zumindest zwischen uns. Wir hatten bis dahin ja sowieso alles eher entspannt gesehen und waren teilweise eher belustigt, erklärte das Paar gegenüber Promiflash. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.